Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal, ich grüße euch. Ich habe ja vor ein paar Wochen einmal ein kurzes Fazit abgegeben darüber, wie sich KICK nach zwei Wochen anfühlt. Jetzt haben wir einen guten Monat mittlerweile auf KICK verbracht, spricht eigentlich ein bisschen drüber. Heute ist jetzt zum Beispiel 8.4. und ich habe am 1.3. angefangen und ich will euch ein kurzes Update dazu geben. Ja, in diesem Video geht es eigentlich mehr oder weniger darum, dass ich ein bisschen kritischer jetzt auf KICK mal einmal schaue. Und ich fange am besten einfach mit drei Punkten an, die ich beim letzten Mal schon mal angesprochen hatte. Das wäre einmal das Impressum, was ich mal erwähnt hatte. Dann einmal quasi der anfängliche Eindruck, es würde sich viel verändern. Und dann noch einmal ein kurzer Kommentar zur App. Danach habe ich noch weitere Kommentare. Also es geht jetzt nicht nur um diese drei Punkte, nur ich fange jetzt erstmal mit den Kommentaren an, die ich beim letzten Mal halt eben angesprochen hatte. Zehnmal Impressum. Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Aber es ist jetzt sogar so, dass man hier und da doch, beziehungsweise in meinem Fall, habe ich doch eher die Vermutung, dass es eventuell sein könnte, dass es absichtlich halt eben so ist, dass wir kein Impressum halt eben auf dieser Seite sehen. Ich habe dann so eine kleine Verschwörungstheorie. Lass mich mal davon so ein bisschen erzählen. Ihr wisst ja, wie gesagt, das ist ja ein offenes Geheimnis, der Twitch-Quellcode, der wurde ja geleakt und jemand hat ihn halt eben gekauft, um diesen Code dann halt entsprechend für die Kickstart, äh nicht Startseite, für die Kickseite halt verwenden zu können. Hätte dann zur Folge, dass zum Beispiel Twitch oder Amazon, wer ja auch immer, der für diesen ursprünglichen Quellcode verantwortlich ist, der könnte quasi hingehen und sagen, hört mal hier, ihr verwendet unseren Quellcode, ihr verursacht damit einen Copyright-Verstoß. Ne, und was würde in diesem Fall passieren? Normalerweise, wenn da Untersuchungen gäbe und wenn herausgestellt werden würde, dass dieser Code wirklich geklaut sei und nicht rechtens verwendet wird, würde die Seite wahrscheinlich down genommen werden. Ähm, deswegen vermute ich jetzt mal, dass daher das Impressum einfach aufgrund dessen halt eben fehlt. Ähm, soweit ich jetzt noch gerüchteweise halt eben mitbekommen habe, ist, dass, ja, nun versucht werden soll anscheinend, dass diesen Quelltext, der jetzt halt eben in Verwendung ist, ne, so weitgehend zu verändern, dass es hier und da vielleicht keinen wirklichen Hinweis mehr darauf gibt, dass ein, ja, quasi ein Copyright-Verstoß halt eben durchgeführt wurde. Inwieweit das machbar ist, ey, keine Ahnung, ähm, da bin ich jetzt leider nicht so wirklich in der, in der kompletten Materie drin, um da jetzt wirklich meinen Senf dazugeben zu können. Das ist jetzt nur eine Vermutung, ne, wie gesagt, das ist, geht schon mehr Richtung Verschwörungstheorie, ne, so viel dazu, ne, kommen wir einfach mal zum nächsten Punkt. Und zwar geht es darum, der Eindruck, es würde sich viel in der Applikation beziehungsweise im, ähm, Aufbau der Seite verändern. So in den letzten Wochen habe ich gemerkt, wenn man sich so die Change-Logs so anschaut, äh, die so im offiziellen Discord-Kanal halt eben gepostet werden, es ist nicht immer der Fall, dass da überhaupt was hinterlegt wird. Also es kommen relativ spärliche Infos, äh, Infos darüber halt eben rüber, was sich denn auf der Plattform selber geändert hat. Und, äh, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass auch sehr wahrscheinlich der Fokus der Entwicklung auch mehr auf die App ausgelegt ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Entwickler da arbeiten, warum, äh, warum jetzt auf einmal alle auf der, auf der App halt eben rumreiten, äh, weiß ich nicht. Wie gesagt, ist auch nur eine Vermutung, nur, ähm, wie gesagt, es sieht so danach aus, als würde man doch mehr den Fokus auf die App halt eben, äh, legen, damit halt mehr Zuschauer halt eben auf diese Plattform kommen. Ja, was dann halt eben zum dritten Punkt führt, äh, Thema App, ja, die ist jetzt mittlerweile da, hat sehr, ja, hat ein paar Anlaufschwierigkeiten gehabt. Also erstens, äh, hatte ich ja gesagt, die wurde ja, in den ersten zwei Wochen wurde, wurde die App halt eben verschoben, bis hin, ich weiß nicht mal, bis Anfang April, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder Ende März, wie auch immer. Es hat einen Monat gedauert, seitdem ich dabei bin, bis diese App halt eben, ähm, ja, für iOS verfügbar war. Dann hieß es, ne, beziehungsweise erst hieß es, die Android-Version sollte früher kommen. Da gibt's eigentlich keine Probleme, äh, Qualitätssicherung oder wie auch immer, die Überprüfung. Die würde halt eben noch stattfinden und komischerweise war dann auf einmal die iOS-Version am, äh, direkt von Anfang an halt eben da. Gut für mich, ich hab, ich hab ja ein iPhone, äh, ich hab keine Android-Geräte und, äh, hatte somit erst mal keine Probleme damit. Äh, hat dann, glaub ich, eine Woche nochmal gedauert, bis dann wirklich die App für Android halt eben da war. Und, aber jetzt unabhängig davon, ich glaub, bei beiden, beziehungsweise eher bei Android, gab's wohl relativ viele Probleme, was Login halt eben angeht. Äh, gab hier und da ein paar Workarounds. Mittlerweile scheint's wohl, hoffe ich mal, einigermaßen behoben worden zu sein. Ich war, ich hab, wie gesagt, ich hab mit Android wenig zu tun, nur, ne, das ist halt eben was, äh, am Anfang halt eben aktuell war. Ähm, da, da schien es halt Probleme zu geben oder zu, ja, auch zu haben. Und, äh, da, was mir noch einfällt zur App im Bezug von Android, ich glaub bei, äh, beziehungsweise bei iOS, bei Android war, gab's, gibt's ähnliche oder andere, äh, andere Probleme, allerdings im gleichen Bereich. Die Tastaturbedienung ist, ist ein bisschen buggy, ähm, beziehungsweise nicht so, wie man's gewohnt ist. Beispiel, man tippt halt, man tippt halt einfach seinen Text ein, will einen Smiley einfügen, will dann weiteren Text eingeben. Und, äh, normalerweise ist es ja so, man tippt einen Text, geht auf Sonderzeichen zum Beispiel oder auf die Smilies, tippt das, tippt seinen Smiley ein, drückt dann die Leertaste und in dem Zuge wird normalerweise automatisch auf die Buchstabenreihenummer umgewechselt oder auf die Buchstaben, auf das Layout umgewechselt, ne. Das passiert leider nicht, man muss das immer händisch machen und das ist ein bisschen, ein bisschen sehr merkwürdig. Und, äh, wenn du, wenn man auch zum Beispiel Smilies einfügen möchte, dann nimmt die Fläche von den Smilies, ja, den halben Bildschirm quasi ein, sodass man nicht mehr die, die, die Zeile sieht, in der man halt eben reintippt und es ist ein bisschen, ist ein bisschen, ja, sehr gewöhnungsbedürftig, da, da, da irgendwie entgegenzuwirken, ne. Grund, ja, an für sich funktioniert ja alles, ne, ohne Probleme. Ähm, nur wie gesagt, die, die Übersicht und, ähm, die Usability, die leidet so ein bisschen darunter, ist jetzt aber kein, kein Drama. Äh, was mir jetzt noch auffällt, wenn Leute zum Beispiel bei mir in den Chat schreiben, die mit dem Android-Handy halt, äh, unterwegs sind, äh, die, die, die Rechtschreibkorrektur, die macht ganz komische Dinge, ich weiß nicht, ob's an Android selber liegt, aber nochmal, da kommen, da kommen so komische, äh, ja, Buchstabenwirrwarr-Geschichten halt einmal raus. Äh, ein bisschen, ein bisschen schwierig, da muss man halt immer schauen und, äh, deuten, was dann eigentlich derjenige, der Zuschauer halt eben wirklich geschrieben haben könnte oder wollte. Äh, ein bisschen, ein bisschen schwierig. Gut, das waren jetzt erstmal drei Themen, die ich beim letzten Mal angerissen habe, die jetzt noch aktuell halt eben, ja, noch, ähm, vorhanden sind. Ich hab noch vier weitere Themen und zwar fang ich einfach mal mit dem ersten an. Das wäre, tja, wie drücken ich's aus, ähm, Kick hat ein kleines Problem, was Zeitmanagement angeht. Ist jetzt nicht wirklich weiter tragisch, aber jetzt Beispiel App, was ich ja grad eben gesagt hatte, es wurde von Woche zu Woche verschoben, dann wurde gesagt, hier zu diesem bestimmten Datum passiert was, dann, oh, äh, ist doch, dauert doch noch zwei Tage, bis es kommt. Und, oh, die Android-App kommt ein Tag später, ähm, das ist jetzt nicht das Einzige, natürlich kann man sich jetzt an dieser App ein bisschen aufhängen, ähm, ist aber jetzt, oder, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht weiter tragisch, aber da gibt's jetzt so, ähm, andere Themen. Zum Beispiel Thema Bezahlung, äh, aktuell ist es leider nur noch, äh, oder nicht nur noch, sondern nur, äh, möglich, äh, per Kreditkarte zu subscriben, also Abonnements abzuschließen. Hm, an für sich jetzt kein Problem, es funktioniert auch reibungslos, hab ich ja mal getestet, alles soweit cool. Allerdings, äh, ist jetzt das Problem, dass viele Leute Paypal nutzen wollen. Hm, gut, was macht man da? Ja, klar, man, äh, vereinbart mit Paypal irgendwie, äh, irgendwie ein Zahlungssystem, wie auch immer, keine Ahnung, wie das halt eben vonstatten halt geht. Ähm, deswegen kam dann Kick halt wohl an und hat ein Datum, äh, rausgelassen, so, ab 10.04. soll es Paypal geben. Wir haben jetzt aktuell noch den 8.04., sprich, übermorgen sollte Paypal da sein. Ähm, aber mittlerweile kam schon die Info raus, dass Paypal erst mal komplett aus der Teilhabein gestrichen wurde und es bis zu einem unbekannten Datum verschoben wird. Hm. Ja, jetzt, jetzt witzeln schon einige Leute so von wegen, hm, ist vielleicht Paypal zu unseriös, nee, beziehungsweise ist, äh, Kick zu unseriös für Paypal. Wie gesagt, das ist, äh, wird jetzt erst mal gewitzelt. Ich weiß jetzt nicht, woran es scheitert, ähm, wenn es schon auf ein unbestimmtes Datum, äh, verschoben wird, glaube ich jetzt erst mal nicht daran, dass es, äh, technischer Natur ist. Ist nur eine Vermutung, ne, ist nur eine Vermutung, ob es so ist, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht sagen. Wie Info, äh, gibt's halt eben nicht für uns Streamer. Nächstes Problem, was ich noch sehe, ist Thema Live-Bot-Integration, äh, Kick hat ja so einen eigenen, eigenen Bot am Laufen, ähnlich wie der Night-Bot oder was, was gibt's denn noch alles, ne, keine Ahnung, ich kenne die ganzen Bots auch, äh, auch so überhaupt nicht oder die Bots von Stream-Elements, ne, die Dinge halt eben, ne. Wie gesagt, Kick hat seinen eigenen Live-Bot, er reicht mal unter livebot.app, wenn man den über den Browser, über den Browser eingibt und der hat seit Wochen, nur noch Probleme. Er funktioniert komplett so, also, was heißt komplett, so gut wie gar nicht, ähm, ich hab auch schon mir extra, ähm, den Discord quasi in so einem automatischen, ähm, ja, in so einem Skript laufen lassen, damit ich halt eben sehe, wenn im Bot was, oder beziehungsweise im Discord sich was verändert und der Bot entsprechend einen Status abgibt, der hat, wie zum Beispiel hier, ähm, Announcements, Ankündigungen sind grün geschaltet oder die Statistiken, äh, werden auch grün geschaltet oder sind komplett rot und aktuell ist es halt eben wirklich so, dass die Integration irgendwie stecken geblieben ist. Das tut, es tut sich seitdem, glaube ich, seit dem 23.3. werden keine wirklichen Updates mehr gepostet, ist auch schon wirklich lange her und, ähm, ich hatte auch schon die Vermutung, dass es vielleicht nicht unbedingt am Bot liegt, sondern mit dem, mit dem, mit der Schnittstelle, auf die der Bot halt eben zugreift. Ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung, wie gesagt, keine Ahnung. Es gibt allerdings eine externe Alternative, nennt sich Bottricks, die gibt es auch schon seit längerem für YouTube, Trovo, Twitch, also es ist jetzt kein unbekannter Bot und die haben es halt eben geschafft, dass eine Integration in Keg funktioniert. Warum auch immer. Man muss halt eben noch eine Browser-Extension installieren für Firefox oder Chrome, äh, damit es halt eben hundertprozentig läuft. Allerdings scheint das halt eben, ja, zu laufen, ne? Man bekommt die Alerts mit für Follows, für Home, also das, das scheint schon, also, zu funktionieren. Hin und wieder gibt es vielleicht mal ein, zwei Probleme, aber dann liegt das halt meistens immer, tja, am, an diesem Ende hier, sagen wir mal so. Ähm, wie gesagt, der funktioniert, man muss sich halt ein bisschen so rein, also reinarbeiten, sag ich jetzt mal, aber, ähm, da hat man auf jeden Fall eine vernünftige Alternative, die man halt eben nutzen kann. Dann der vorletzte Punkt, Community. Hm, also anfänglich, ne? Hat man natürlich das Erlebnis natürlich gehabt, ne? Viele Leute kennenzulernen, man trifft auch andere Streamer, hier und da vielleicht auch ein paar Zuschauer, die sich so kennenlernen, die sich so austauschen. Hatte ich ja gesagt, gemeinsame Interessen, ne? Alle wollen streamen, mhm. Das stagniert jetzt so ein bisschen, also ich hab jetzt so aktuell so wirklich das Gefühl, dass nicht wirklich viele neue Leute reinkommen. Hier und da kommen vielleicht mal neue Zuschauer rein, die wollen sich mal informieren. Teilweise haben sie auch das eine Video von mir, was ich zuletzt gemacht habe, entdeckt und sind daraufhin halt eben auf Kick reingekommen, sind auch wirklich bei mir in den Kanal rein und haben ein paar Fragen gestellt. Cool. Freut mich persönlich, ja? Ähm, nur wie gesagt, dieser, der, 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 der Andrang, ne? Den man so jetzt so erwartet hat, ne? Der blieb komplett aus. Der blieb komplett aus, also, ähm, Benutzerfluss, da könnte sich auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Das bringt mich dann auch gleich zum nächsten Thema. Thema Benutzerfluss. Ich greife mal ein bisschen, ähm, ein höher, höher liegendes Thema auf. Und zwar, es scheint sich auch innerhalb der Community schon hier und da so langsam raus zu kristallisieren, dass viele Kick auch als Geschäftsmodell jetzt aktuell schon ansehen, ne? Die machen jetzt ein bisschen auch Business, versuchen sich hier natürlich ein bisschen, ja, eine schnelle Mark zu verdienen, sag ich jetzt mal. Und, ähm, das merkt man hier auch bei dem einen oder anderen Streamer, ne? Ist jetzt nicht verwerflich. Ähm, man merkt das halt eben nur, ne? Das ist ein bisschen schade an der Stelle, ne? Viele sind, die halt eben hier auf Kick halt eben sind, die, die haben nichts mit Casino zu tun. Die haben keine Berührungspunkte zu Casino. Die machen das wirklich Hobby-mäßig, ne? Klar haben viele halt bereits schon ihren Affiliator-Status erreicht, freuen sich über jeden, jeden einzelnen Sub, der vielleicht mal reinkommt, ne? Aber man muss es nicht auf biegen und brechen hier jetzt einmal so, einmal quasi, quasi Knall halt so durchziehen und, ähm, wirklich aus allen Möglichkeiten quasi sein Geld mit halt eben versuchen zu verdienen. Kommt ein bisschen unseriös rüber, finde ich. Ja, ich gehe jetzt nicht in einzelne Details rein, ne? Aber da kommen wir jetzt zum Beispiel Thema, äh, View-Count, den wir auch, ähm, was wir auch, oder was ich das letzte Mal halt eben besprochen hatte, äh, oder an, ja, benannt hatte, dass man diesen halt eben manipulieren kann, ne? Sei es mit Bots, sei es halt eben mit einfachen Mitteln, mhm, es fällt auf. Es fällt auf, wenn das nicht so ganz ordentlich halt eben, äh, stattfindet, ne? Zum Beispiel, wenn dann auf einmal ein Host kommt mit über 100 Zuschauern und von diesen 100 Zuschauern sind eine Minute später, weiß nicht, nur noch vier da. Das wirkt nicht, das wirkt nicht, das wirkt nicht richtig, ne? Es wirkt einfach nicht ordentlich und, ähm, da sieht man halt eben auch, ähm, diese View-Counts, die wir da halt eben noch haben, das, das, das passt einfach noch nicht. Es hieß zum Beispiel auch, dass die View-Counts angepasst werden, gefixt werden. Es war nun ein Gerücht, es hat sich nichts getan. Ne, es hat sich nichts getan. Für mich ist es okay zum Beispiel, jetzt sag ich jetzt mal, ähm, ich geh da jetzt offen mit um. Ich versuch natürlich auch, meinen Verified-Status zu erlangen, was der am Ende bringt. Erstmal, also aktuell gar nichts. Äh, aber Haken haben oder nicht, ist natürlich eine Sache. Man versucht es einfach mal. Äh, ich werde dann eine Bewerbung rausschicken, wenn ich dann zum Beispiel im Durchschnitt meine 50 Views habe. Wie gesagt, im Durchschnitt. Am Ende, ja, ich sag mal so, die können einfach, die können ja einfach nur einen ablehnen, ne? Wenn es nicht passt. Ne? Und von daher, ähm, machen das sehr viele. Ne? Es machen sehr viele, da an den Daten halt rumzumanipulieren. Es braucht nicht viele Kenntnisse dafür. Eigentlich gar keine, wenn man ehrlich ist. Und, ähm, das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen schade. Gut. So viel dazu. Das war jetzt mein Fazit nach gut einem Monat. Ich bleib auf jeden Fall noch weiter bei Kik. An für sich macht mir ja auch immer noch Spaß, ne? Auf Kik zu streamen. Man hat hier immer noch seine, seine, seine Community, die sich hier und da so nach und nach auch etabliert. Man, 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 man kennt auch fast, fast jeden, der jetzt irgendwie aktiv ist, was eigentlich aktuell eigentlich relativ cool ist. Also, wir sind wirklich eine kleine Blase oder eine größere Blase mittlerweile mit Streamern, die sich, äh, gerne auch gemeinsam miteinander, untereinander austauschen. Und, ähm, aktuell sehe ich aber auch jetzt keinen Grund, wieder zurück zu Twitch zu gehen. Also, mit Twitch habe ich so gar nichts mehr im Hut. Gut, manchmal gucke ich einfach nochmal auf Twitch bei früheren Kollegen rein, äh, aber, ja, aber aktuell ist es wirklich so, mein Hauptaugenmerk ist wirklich Kik aktuell. Ja. Ihr könnt gerne Kommentare hier unter dem Video hinterlassen, drückt einmal auf den Like-Button, abonniert vielleicht auch den Kanal, ähm, wobei, ich würde mich eher freuen, wenn ihr auf Kik einmal erscheint, ne, in den Chat. Redet ruhig mit mir, stellt Fragen, wenn ihr welche habt, ne? Stellt gerne Fragen, ähm, nicht nur ich, auch die Leute, die im Chat sind, ne? Oder andere Streamer, ne? Wir reden alle gerne regelmäßig über Kik, ne? Stellt einfach eure Fragen, selbst wenn ihr vielleicht denkt, dass diese Fragen öfters von anderen gestellt werden, macht, stellt sie einfach, ne? Stellt sie einfach. Wenn, wenn es Fragen gibt, die wirklich öfters gestellt werden, dann gibt es ein Video da drüber, ne? Dann kann man sich das ja nochmal angucken zur Not. Aber, nichtsdestotrotz, ähm, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn es ein bisschen Interaktion gibt. Äh, ich muss gestehen, äh, ich habe jetzt noch gar nicht auf irgendwelche Zahlen geguckt, auf diesem YouTube-Kanal. Äh, ich merke nur, hier und da kommen ein paar Leute halt eben hier rein und, ähm, fragen dann halt eben in dem Chat, ne? Deswegen, kommt einfach rüber, schaut in, oder schreibt auch gerne Kommentare rein, ähm, ich versuche einmal ein Auge drauf zu haben, ne? Würde mich auf jeden Fall freuen. In dem Sinne, ne? Ich bin raus, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, guten Abend, guten Mittag. In dem Sinne, man sieht sich, ne? Bis dann, ciao.